Hallo! In den vorigen Videos haben wir die komplexe Exponentialfunktion kennengelernt, wobei wir ihre Eigenschaften anhand der W-Ebene erklärt haben. Wie wir wissen, gibt es aber noch eine weitere Darstellungsart für komplexe Funktionen, nämlich die räumliche Darstellung. Schauen wir uns das noch einmal an. Bei der räumlichen Darstellung einer komplexen Funktion wird der Realteil, der Imaginärteil, der Betrag und das Argument, also der Winkel, jeweils über der Z-Ebene aufgetragen. Eine W-Ebene gibt es bei der räumlichen Darstellung natürlich nicht. Bevor wir die räumliche Darstellung der komplexen Exponentialfunktion genauer erklären, müssen wir aber zwei Regeln wiederholen, die wir von der Ebenendarstellung der komplexen Exponentialfunktion kennen. Dazu habe ich eine kleine Animation vorbereitet, die ich euch jetzt auf dem Hauptbildschirm zeigen werde. Regel 1 sagte uns, dass der Winkel von E hoch Z genauso groß ist, wie der Imaginärteil der komplexen Zahl Z. Dies erkennt man sehr schön an der Animation, die ich jetzt starte. Zunächst blende ich eine komplexe Zahl Z ein und dann erhöhe ich den Imaginärteil, und zwar von Minus Pi bis Pi. Dann wird sich der Winkel von E hoch Z ebenfalls erhöhen, und zwar ebenfalls von Minus Pi auf Pi. Kommen wir jetzt zur Regel 2. Regel 2 sagte, wenn ich den Realteil einer komplexen Zahl Z erhöhe, dann wird sich der Betrag von E hoch Z ebenfalls erhöhen, und zwar exponentiell. Dies erkennt man sehr schön an der Animation, die ich jetzt starte. Gegeben ist wieder eine komplexe Zahl Z. Jetzt erhöhe ich den Realteil dieser komplexen Zahl Z, und ihr seht, gleichzeitig erhöht sich der Betrag von E hoch Z, und zwar wächst er exponentiell. Gut, also diese zwei Regeln müsst ihr euch für den Rest des Videos merken. Regel Nummer 1, der Winkel von E hoch Z ist genauso groß wie der Imaginärteil von Z. Und Regel Nummer 2, wenn ich den Realteil von Z linear erhöhe, dann wächst der Betrag von E hoch Z exponentiell. Gut, dann schwenken wir jetzt zur räumlichen Darstellung der komplexen Exponentialfunktion, also zum eigentlichen Thema dieses Videos, und wir beginnen zunächst einmal mit der Untersuchung des Realteils der komplexen Exponentialfunktion. Als erstes umfahre ich die Funktion, damit wir einen Eindruck vom Realteil bekommen. Gut, dann schwenken wir jetzt zur räumlichen Darstellung der komplexen Exponentialfunktion, Wenn wir die Umrundung des Realteils von E hoch Z gleich beendet haben, dann werden wir uns den Verlauf des Realteils plausibel machen, und zwar mithilfe von Schnitten. Wir werden vier Schnitte parallel zur reellen Achse durchführen und ein Schnitt parallel zur imaginären Achse. Beginnen wir mit dem ersten der fünf Schnitte. Den ersten Schnitt machen wir entlang der reellen Achse. Das heißt, der Imaginärteil von Z ist gleich 0 und der Realteil von Z ist variabel. Der Verlauf der Schnittlinie entspricht der reellen Exponentialfunktion, also der ganz normalen Exponentialfunktion, die wir aus der Schule kennen. Wir wollen dies anhand der W-Ebene erklären. Wie gesagt, ist bei diesem Schnitt der Imaginärteil von Z gleich 0 und nach Regel 1 ist daher der Winkel von E hoch Z ebenfalls gleich 0. Wenn aber der Winkel von E hoch Z stets gleich 0 ist, dann müssen die Werte von E hoch Z auf der positiven reellen Achse liegen, die ich gelb markiert habe. Zweitens wissen wir, dass nach Regel 2 der Betrag von E hoch Z exponentiell ansteigt, wenn ich den Realteil von Z linear erhöhe. Das heißt, wenn ich dem Schnitt folge. Der Betrag von E hoch Z ist aber mit dem gesuchten Realteil von E hoch Z identisch, denn der Winkel ist ja gleich 0 und daher steigt auch der gesuchte Realteil von E hoch Z exponentiell an. Der Schnitt hat daher tatsächlich die Form einer Exponentialfunktion. Beim zweiten Schnitt wählen wir einen Imaginärteil von Z, der Minus Pi für L beträgt. Es ergibt sich als Schnitt eine Funktion, die etwas weniger stark ansteigt als beim letzten Schnitt. Warum dies so ist, wollen wir wieder anhand der W-Ebene erklären. Wie gesagt, ist der Imaginärteil von Z nun etwas kleiner als 0, nämlich Minus Pi für L. Nach Regel 1 beträgt der Winkel von E hoch Z dann ebenfalls Minus Pi für L, also Minus 45 Grad. Die Werte für E hoch Z müssen daher auf der gelben Linie liegen. Außerdem gilt, nach Regel 2 bewirkt ein linear wachsender Realteil von Z einen exponentiell wachsenden Betrag von E hoch Z. Da jedoch der Winkel von E hoch Z nicht mehr in Richtung der reellen Achse zeigt, wächst der Realteil von E hoch Z jetzt weniger schnell als der Betrag von E hoch Z und somit nicht mehr so schnell wie beim ersten Schnitt, allerdings immer noch exponentiell. Kommen wir nun zum dritten Schnitt. Beim dritten Schnitt ist der Imaginärteil von Z gleich Minus Pi halbe. Ich schwenke die Kamera, damit man den Schnitt besser sieht. Als Schnitt ergibt sich eine Gerade. Wir wollen das wieder anhand der W-Ebene erklären. Wie gesagt, ist der Imaginärteil von Z nun Minus Pi halbe. Nach Regel 1 beträgt der Winkel von E hoch Z dann ebenfalls Minus Pi halbe, also Minus 90 Grad. Die Werte für E hoch Z müssen daher auf der gelben Linie liegen. Nun wenden wir noch Regel 2 an. Nach Regel 2 bewirkt ein linear wachsender Realteil von Z zwar einen exponentiell wachsenden Betrag von E hoch Z, aber da der Winkel von E hoch Z nach unten zeigt, wächst zwar der Betrag von E hoch Z exponentiell, aber der Realteil von E hoch Z bleibt konstant, nämlich konstant gleich 0. Daher ist der Schnitt 3 tatsächlich eine Gerade. Kommen wir nun zum Schnitt Nummer 4. Beim Schnitt Nummer 4 ist der Imaginärteil von Z gleich Minus Pi. Ich schwenke die Kamera etwas, damit man den Schnitt besser sieht. Es ergibt sich als Schnitt eine Funktion, die exponentiell ins Negative anwächst. Dies wollen wir wieder anhand der W-Ebene erklären. Wie gesagt, ist der Imaginärteil von Z jetzt gleich Minus Pi. Nach Regel 1 beträgt der Winkel von E hoch Z dann ebenfalls Minus Pi, also Minus 180 Grad. Deshalb liegen die Werte von E hoch Z auf der gelben Geraden. Als nächstes wenden wir Regel 2 an. Regel 2 sagt, dass ein linear wachsender Realteil von Z einen exponentiell wachsenden Betrag von E hoch Z bewirkt. Weil aber der Winkel von E hoch Z nun Minus 180 Grad beträgt, also entgegen der reellen Achse zeigt, steigt zwar der Betrag von E hoch Z exponentiell an, aber der Realteil von E hoch Z steigt exponentiell ins Negative. Nun kommen wir zum Schnitt Nummer 5. Schnitt Nummer 5 ist anders als die vorigen 4 Schnitte. Denn nun ist nicht mehr der Realteil von Z variabel, sondern der Imaginärteil von Z ist variabel. Genauer gesagt, wir lassen den Imaginärteil die Werte von 0 bis 2 Pi durchlaufen. Aber drehen wir zunächst einmal die Kamera, damit wir den Schnitt besser sehen. Es ergibt sich als Schnitt eine Kosinus-Funktion, was wir anhand der W-Ebene erklären wollen. Zunächst einmal wenden wir Regel 2 an. Weil der Realteil von Z konstant bleibt, bleibt auch der Betrag von E hoch Z konstant. Und somit liegen alle Werte von E hoch Z auf einem Kreis. Als nächstes wenden wir Regel 1 an. Wie gesagt, soll der Imaginärteil von Z die Werte von 0 bis 2 Pi durchlaufen. Nach Regel 1 durchläuft der Winkel von E hoch Z, den wir Phi nennen wollen, dann ebenfalls die Werte von 0 bis 2 Pi, also von 0 bis 360 Grad. Drittens überlegen wir uns, was diese Umdrehung für den gesuchten Realteil von E hoch Z bedeutet. Am Bild sieht man, dass der gesuchte Realteil von E hoch Z dem Kosinus des Winkels Phi entspricht. Wenn also der Winkel Phi die Werte von 0 bis 360 Grad durchläuft, durchläuft der Realteil von E hoch Z eine Kosinusfunktion. Der Schnitt hat also tatsächlich die Form einer Kosinusfunktion.